Jetzt ist auch die Forschung an unseren Vierbeinen interessiert. Diesmal geht's um die Wurst. Manchmal scheut auch die Wissenschaft nicht vor Unfällen zurück. Dem Hund wird gesagt, dass er das Stück nicht fressen darf. Dann wendet sich die Betreuerin ab. Der direkte Blickkontakt reißt ab. Der Hund weiß, er wird nicht beobachten. Ein Zeichen hoher Intelligenz und Empathie. Auffassen. Eine andere Versuchsreihe. Hier soll das Versuchstier nachahmen, was ihm vorgemacht wird. Begreift der Hund, was der Mensch ihm zeigt? Grunde sind in der Lage, menschliches Verhalten zu imitieren. Diesen Drang zur Nachahmung hat auch der Mensch. Eine Voraussetzung für die Bindung zwischen Partnern. Danniessch sprich. Danniessch sprich. Der Hund. Deten ihr Schuss.